Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht zwei neue Schleichpferde. Für ihn habe ich noch keinen richtigen Namen. Sollen Mädchen oder Junge sein? Mir egal. Das glaube ich die Kamagu, Kamag oder wie auch immer Rasse. Könntet ihr mal die Rasse in die Kommis schreiben von ihm? Und für sie habe ich auch noch keinen Namen. Entweder Leila oder Leila oder irgendeinen anderen. Wenn ihr auch einen guten Namen für sie habt, dann schreibt bitte ein, soll ein Mädchen sein. Und ja, ich kann euch, und da war ich auch nicht die Rasse, entweder das Pony oder irgendwas anderes. Ich kann euch ja das mal mit dem Sattel und Mädchen und alles zeigen. So sieht das aus. Und jetzt noch mit Mädchen. So sieht das aus. Ich finde sie voll knuffig. Und ich werde eine Serie drehen. Da heißt sie Leila oder Leila. Und das Pferd heißt entweder Sternchen oder Aragon oder Dragon oder wie auch immer. Ja, ich denke aber Sternchen. Ja, ich hoffe das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschaui.